Heute bekommen Sie einige Tipps zum Gebrauch der Warmluftbürste HT50 von Beura. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Mit der Thermobürste können Sie die Haare trocknen, Ihnen Volumen, Fülle und Schwung verleihen. Am Schiebeschalter können Sie die gewünschte Temperatur und Gebläsestufe auswählen. Stufe 1 ist besonders schonend. Durch die Ionentechnologie wird ein Aufladen der Haare deutlich verringert. Die verschiedenen Aufsätze sind leicht zu wechseln. Die Rundbürste verleiht Ihnen weiche und geschmeidige Wellen. Die Stylingdüse ermöglicht Ihnen einfaches Trocknen und Stylen der Haare. Mit der Cool Shot-Taste können Sie Ihren Haarstyle fixieren. Das Gehäuse und der Aufsatz sollten mit einem weichen, angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Die Luftaustrittsöffnung und der Ansaugfilter sollten vor jedem Gebrauch kurz mit einem Pinsel oder einer kleinen Bürste gereinigt werden. Viel Spaß mit Ihrer Beurer Warmluftbürste HT50!